Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Kapselmaschinen. Das High-End-Produkt in unserem Kapselmaschine-Test geht an die DeLonghi N124S. Direktwahltasten für Espresso und Lungo. Seitenwände aus Recycleten-Kapseln. Aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser. Automatische und programmierbare Kaffeemenge-Flow-Stop-System. Beleuchteter Kaffeekapsel-Sammelbehälter, elektronische Temperaturregulierung. Verleihen Sie Ihrer Küche etwas Farbe mit der Pixi Design Kaffeemaschine. Kompakt und komfortabel passt Pixi in jede Küche. Genießen Sie Ihren Kaffee in Rekordzeit dank des Thermoblocks, der das Wasser innerhalb von 25 Sekunden aufheizt. Die 19-Bar-Pumpe sorgt für perfekte Ergebnisse in der Tasse. Automatische Abschaltung nach 9 Minuten. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Nespresso XN 1001. Neben Ihrem geringen Platzbedarf überzeugt die kompakte und leichte Nespresso Inicia Kaffeemaschine durch ihre ergonomische Form. Sie ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und ist somit die ideale Ergänzung für jede Kücheneinrichtung. Das Wasser wird in kürzester Zeit erhitzt, sodass Sie nicht lange auf Ihren Kaffeegenuss warten müssen. Ein Tastendruck genügt und nur 25 Sekunden später hat das Wasser seine optimale Temperatur erreicht. Das Fassungsvermögen des Wassertanks von 0,7 Litern reicht für bis zu 9 Tassen Kaffee aus. Die äußerste nutzerfreundliche Nespresso Inicia verfügt über ein patentiertes Extraktionssystem mit 19-Bar-Druckpumpe. Ein Tastendruck genügt und schon wird der Kaffee perfekt zubereitet. Durch die Energiesparfunktion wird die Maschine nach 9 Minuten automatisch abgeschaltet. Dank des einklappbaren Abtropfgitters passen auch größere Tassen unter den Kaffeeauslauf. Zum Auffangen von Tropfen klappt das Gitter automatisch nach unten, wenn die Tasse weggenommen wird. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kapselmaschine-Test ist der Chibo Cafessimo Pure. Set enthält Kapseln verschiedener Sorten zum Ausprobieren. Das Cafessimo Brühsystem ermöglicht eine intensive Aromafülle Ihres Espressos, Kaffee-Cremas, Filterkaffees und Tees. Einfachste Bedienung per Knopfdruck Frei programmierbare Getränkemenge, verstellbarer Kaffeeauslauf und abnehmbarer Tassentisch Der integrierte Kapsel-Auffarmbehälter kann bis zu 6 Kapseln aufbewahren, der abnehmbare Wassertank fasst bis zu 1 Liter. Genießen Sie Ihren zertifizierten Kaffee aus 100% nachhaltigem Anbau und aus resisalbaren Kapseln ohne Aluminium. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.